Der Olympiadienstag und das sind meine Medaillentipps. Eine haben wir schon sicher, Dr. Aline Rotterfrocken im Ring, das ist eine Historie. Sie steht im Finale, Silber ist sicher, es kann noch Gold werden. Tipp 2, wir wechseln zum Bahnradsport. Auftakt der Wettbewerbe und zwar nicht in Tobio, sondern in Isu, gut 130 Kilometer weg. Hier haben wir zwei ganz heiße Eisen im Feuer. Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich starten als Weltmeisterin im Teamsprint. Und was ist mit den Vielseitigkeitsweiter nun? Nach einem Missgeschick von Michael Jung im Gelände ist die Mannschaft auf Rang 6 zurückgefallen. Aber es geht immer noch um eine Medaille, und zwar im Einzelnen. Julia Krajewski startet als Zweite ins Finale Springen. Schauen wir mal. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020